Übersetituation waaah Psychopath Ich war am 2 Minuten AAAAAAAH ah Ich war 2 Sekunden tot, Digga AAAAAAAH FIE OP AAAAAAAAAAAAH Hold Aye Und Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr. Junge, die wollten mich spitz sagen. Ich habe beide gelasert. Der eine hatte 1 AP, der andere 4 AP. Bist du so einer? Oh mein Gott! Standard Skill! Standard Skill! Ein paar Sekunden später. Halte, halte. Ich halte, ich halte. Okay, jetzt auf. Schön. Er ist rausgegangen. 37er, hinter uns. Drei Leute da. Haupt 1. Stani? Nein! Nein! KS3! Nein! 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 Es kommen so viele. Pass auf, über dir jetzt. Ich kann nicht mehr. Sechs? Pass auf unter dir. Zwei Leute. Ah! Geil! Wir haben keine Waffe. Nein! Ich habe eine. Epic? Ich habe eine. Ja! 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 preff! Finish! Finish! kommen menge bei der menschen weiter wie das flash ist es hier ist es hier oben rechts in ihrem raum er ist draußen ist draußen das flecht wird das möchte das möchte das schnell macht die anderen auf ja genau weiter 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 aber man kann nicht mehr bei bäumen bauen das musst du wissen das ist auch wirklich ne bürger bürger hier einer zweiter ist weiter 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 äh man hat nie was verstanden ich hab es noch keine Kirche gemacht ich hab es mir mehr zu HECK krass 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 Man hat nie was verstanden. Spiel mal! Spiel mal! Wir haben Fußball gespielt. Spiel mal! Ich dachte, wir sollen mal was? Die hatten ja so geredet. Ah! Ah! Komm, wir lasern ihn hier. Ich ruf mich hier in 2-Max. Ich lase ihn. Oh! Oh! Er hat mich angezeigt. Ich hiel mich kurz. Be-be-be-nicht reingehen! Nicht reingehen! Ich muss ganz kurz warten! Ich muss ganz kurz warten! Du musst ganz kurz warten, Genario. Wir gehen ruhig dann zusammen rein. Hopp ihn! Ich werd gepusht! Ich werd gepusht! Ich werd gepusht! Ich werd gepusht! Ich muss mich heilen! Ich hab ihn! Ja! Ja! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ja, cool! War gut, ey! Das ist doch lecker, lecker! Konditor gut! Konditor gut! Konditor gut! Ich brauch kleine Mundi und Eier-Mundi! Gott, der hat mich psychisch krank! Der war schon davor psychisch krank, aber jetzt noch schlimmer! Ich bin so hart voll! Ah, es sind welche geriftet! Lass, lass die lasern! Wenn du sie siehst! Oh, mit Auto, mit Auto! 20! Mit meinem Lamborghini! La Lamborghini! Er ist grünes Haus! Oh! Oh! Boah! Ja, okay! Okay, raus! Raus! Spray drauf! Spray drauf! 4 Sekunden! Ich hab seinen Mate One-Shot gemacht! Er ist zu low! Spray, spray, spray! Er hat 1 HP, 1 HP! 1 HP! 1 HP! Hab ihn! Stani! Sein Mate ist dort hinten One-Shot! Ah, er ist immer noch aufbauen! Hab ihn! Er hat die ganze Zeit auf dem Baum gecampt! Ah doch! Schritte, Schritte! Richtung, Richtung zu mir! Wo ich hinrenne! Die Ränder! Dann Slide auf die Slide auf die! Nein, warte, warte, warte! 1, 2, 3! Oh, Full-Hits! Okay, Slide auf ihn! Oder er ist zum Wasser! Ah, er ist abkommen! Ah, er schwimmt da Richtung! Ah, ja! Zwei Hits! Zwei Blue-Hits! Bei mir gar nichts! Weil mir connected nichts! Er braucht ein besseres Aim! Er geht zum Jump-Hit, glaub ich! Ich hab Jump-Hit kaputt geschossen! Stark! Noch ein 20er-Hits! Komm, Chili 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 Chili! Wir fernst du schneller! Er ist trotzdem gejumptet! Ich kann mir nur vorstellen... Ich glaub, die sind... Ah! Er hat mich angespannt! Ja, zwei Leute! Es kommen jetzt voll viele! Baut dich ein! Ah, ich werd... Ich werd... Ich muss kurz nachladen! Splash du dich? Ja! Komm her! Komm her! Warte, du brauchst gar nicht! Pass auf! Es sind voll viele! Zwei Teams dazu! Einer 20er Fallschaden von mir kassiert! Wir müssen zusammenspielen! Chill! Ja, genau! Genau! Auf den! Weiter auf den! Er ist weit! Er ist weit! Neben mir ist noch einer! Lass den neben mir zusammen pushen! Natürlich muss ich ein bisschen nachnehmen! Er ist krass! Oh ja, weißt ja! Ja, er ist heftig! Warte! Hä, wo ist der denn? Ich check's nicht mal! Oh mein Gott, Symax! Er ist bei mir! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Richtig krasse Gegner! Das sind echt gut, Digga! Ich versuch dich irgendwie zu rebooten! Ja! Geile Gegner! Oh! 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 Ja, aber es hat so Spaß gemacht! Und ich hab immer... Mann, es muss doch einmal klappen! Egal, nächste Runde! Ab dafür! Standards Gewinn! Ab dafür! Der Arme! Ja. ach so ja ich kann da nicht bohnen mann oh ne hier war gar keine kiste ja ja tot ja haha only sniper challenge freunde standard skirm start heute wieder only sniper challenge gegen kinder die nur lasern und sich verstecken und ihre mutter schwitzen so viel spaß man wir haben nur sniper ich kann dieses spiel nicht mehr spielen